Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play NES Remix. Wir spielen heute immer noch Remix 1,2, weil wir ja im letzten Part nur 4 Level geschafft haben. Mach mal weiter mit Level 9. Excitebike, fahre ne Runde. Was ist denn dein Problem? Hä? Ich checke dieses Geräusch nicht, was das soll. Das gab's doch im originalen Excitebike auch nicht, oder nicht? Ach komm, kann ich gleich restarten. Ich checke zwar nicht, was das für ein Geräusch sein soll, aber gut. Ja, halt doch die Schnauze. Ich weiß nicht, wie das ohne das passieren soll, aber gut. Ja, komm, ich hasse dich, wirklich. Ja, richtig sinnlos. Nochmal kurz vor Ziel. Ach so, alles klar. Okay. Weiß ich zwar nicht, wie ich das unterbinden soll, dass das passiert, aber gut. Ja, ist jeder von mir anders. Was ist denn? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo man das macht, oder? Und dann zieht es halt auch zu wissen, dann war es trotzdem. Nee, das ist okay. Naja, das ist okay. Na ja, das ist doch. Nee, ich lebe, ja. Ruhm! Wie, das ändert sich jedes Mal. Dann ist das nicht richtiger Mist. Ja, was hätte ich jetzt bitte anders machen sollen? Lass mich fahren, du Hässlern. Na, richtig scheiße bitte, 35, bringt mir einen Scheiß. Alles klar, okay. Ja, richtig scheiße. 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 Oh mein Vio Pro Controller geht's gut. Haben noch so ein Mödlevel, Erreiche den Zielfall. So einfach, da bin ich ja fast schon enttäuscht. Das sind wieder Regenbogensterne, warum auch immer. Ja, keine Ahnung, wie ich euch Excitebike runtercutten werde, aber ich muss es ja machen. Elf Minuten für die Scheiße, das kann ich euch nicht ancutten lassen. Ne, 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 das sieht ja jetzt schon wieder kacke aus, wirklich. Jetzt kommt wieder Balloonfight, Alter, das ist 6 Ballonsplätzen. Wo ist der andere? Wo ist denn der nächste? Wo ist er denn? Hä? Warum stirbt man eigentlich instant? Das ist so dumm. Ja, das hat nichts mehr mit Balloonfight zu tun. Warum fliegst du hoch wie ein Ninja? Bist du doch die ganze Zeit davor auch nicht. Was ist das jetzt wieder für ein Schrott? Muss man denn immer so viel Scheiße machen? Na, na klar. Wo bleiben jetzt die nächsten Ballons? Okay, auch das reicht. Du hast Level 12 freigeschaltet. Das willst du zwar nicht spielen, aber mach ruhig. Nein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach man, nicht schon wieder Mario, Bruder. Siehe, alle Gegner und beschütze Luigi. Siehe, da bist du jetzt eigentlich noch machbar aus. Wenn Mario einfach mal springen würde, wäre das auch machbar. Und du bist so ein Hasslon? So kann ich dich ja nicht beschützen. Ja, komm, kann ich mich starten. So, wie er nicht gesprungen ist, ist das wieder mal ein richtiger Schrott. Habe ich auch noch nie verstanden, warum die in diesen blöden Mario Bros. nie richtig springen können. Einmal, zweimal. Jetzt springt mal da hoch. Danke. Warum läuft Luigi eigentlich so dämlich hin und her? Nein! Blusche. Jetzt laufen sie wieder, wie sie wollen. Geh weg, du hässliches Viech! Ja, spring runter, ist okay. Ja, spring runter, ist okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder machen soll. Ja, Luigi ist ein Idiot. Gut, wirklich, da stellt sich mich, da stellt sich mir die ganze Zeit den Weg. Am liebsten würde ich ihn einfach umbringen lassen. So dumm, wie er ist, da ist er selber schuld. Das ist wenigstens mal wieder nice. Ja, wie auch immer ich das bestimmen soll. Dann halt nicht. Ach Gott. Manchmal frage ich mich, warum spiele ich dieses Spiel. Jetzt schalte ich mich noch mal ein Level frei. Danke. Okay, damit haben wir jetzt wenigstens mal ein paar Remix-Level abgeschlossen. Und machen gleich mal weiter bei Mario-Burst. Das ist doch so schön. Ich klinge von unten gegen einen Gegner und Buffy-Lock. Dritt die Gegner. Das ist wieder so schön. Einfach endlich. Kann ich den Power-Block dann... Ja, kann ich. Okay, komm nur hoch. Mann. Hä? Ach ja. Idiot. Ich muss ihn umrennen. Ja, reicht nicht. Weil ich dämlich bin wie ein Sack. Doch? Okay. Mal zwei. Ja, aber das interessiert mich. Wir machen das mal kurz. Oder nee, wir machen jetzt wirklich erstmal Mario Bros. zu Ende wieder. Besiege einen Gegner. Was seid ihr denn? Was sind das denn für Gegner? Ich hab' ich noch nie gesehen. Wo ist mein Power-Block jetzt hin? Ich hab' den doch gerade mal einmal berührt. Was alle... Das ging diese Krabbe vielleicht ganz hilfreich, wenn ich das mache. Scheiß auf die Koopas. Ja, es war so mies. Klar wieder. Ja, ich weiß auch nicht, was das auf einmal war. Das hab' ich... Das war davor nie da. Wirklich. Jetzt muss ich wieder... Komm schon. Ist das dumm. Ist ja ein Schrott. Wirklich. Okay, bitte reich. Ich will das nicht normal machen. Danke. Warum gibt er eigentlich Mario Bros. mal zwei? Das verstehe ich gerade nicht. Da wird drei von zehn. Da haben wir alle Coins. Ja, das werde ich ja wohl hinkriegen. Ja, ne, werde ich nicht hinkriegen, weil ich ein Idiot bin. Wirklich. Kann ich gleich wieder restarten, weil es Müll ist. Und da kann halt aber auch wirklich nicht anhalten, oder? Ja, ne, klaro. Warum auch nicht? Lass halt die eine liegen. Das ist so ein Schotter. Warum springst du nicht hoch? Elendiges kleines Miststück. Das ist so ein Schotter. Auch das ist clear. Fünfzehn Sekunden genau. Nein, das will ich nicht spielen. Das bringt einen nur um. Mein Controller hat übrigens keinen Schaden irgendwie da durchgekommen, tatsächlich. Ich weiß nicht, würde ich das wirklich noch machen? Mach einfach. Siege den Endgegner. Nur den. Okay. Siege den. Ach so, Eisgegner. Doll. Komm runter. Der Crap, so wollte ich das eigentlich nicht. Hä? Ja, scheiße. Jetzt wüsste ich auch genau, was er macht. Okay, ich warte diesmal hier. Ja, vielleicht habe ich es versucht. Okay. Ich hoffe, das reicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Nein, ich möchte den Scheiß-Remix nicht mehr spielen. Das macht keinen Spaß. Da regt man sich wirklich nur auf. Die Level hier machen wenigstens wieder Spaß. Ach komm, jetzt bin ich auch so sehen ins Hauptmenü gegangen. Wir machen den Level noch. Siege den Gegner. Müsst du so auf Hyperspeed? Wer hätte ich das jetzt machen sollen? Ja, genau, alles klar. Hä? Ich checke das nicht. Ja, ich weiß es doch auch nicht, von wo er kommt. Ich warte jetzt einfach wieder hier oben. Ach so, okay. Macht Sinn. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Scheiße sein soll. Spring hoch, du Heslon. Siege den Gegner. Bist du jetzt schon wieder so ein kleines Rattenvieh? Ja, was hätte ich da jetzt machen sollen? Kann doch auch nicht sofort wissen, was kommt. Ja, reicht nie im Leben von der Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Sage ich doch. Warum wurde mir jetzt nicht meine Zeit angezeigt? Verstehe ich nicht. Warum springst du denn komplett runter? Bist du denn nicht ganz sauber? Ja, logisch. Schneller geht das nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Genauso wie den. Wie soll ich den denn bitte schneller besiegen? Verpiss dich. Ja, klar. Jetzt steht er wieder. Ja, komm. Kann ich vor die... In die Tonne kloppen, das Spiel. So muss ich den dann auch zweimal treffen. Wie mache ich das jetzt wieder? Ja, du hässliches Betrügervieh. Komm, bring mich um. Warum hat es mich jetzt nicht umgebracht? Ich will, dass es mich umbringt. Hallo, bring mich um. Damit die Zeit geresettet wird. Sonst ist das ja mega sinnlos weiterzuprobieren. So, es muss eigentlich passen. Ich habe alle drei richtig schnell besiegt. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich natürlich trotzdem wieder für ihre Aufmerksamkeit dieses dämlichen Parts von... Och, Mann. Part von... Let's Play NES Remix. Im nächsten Part machen wir dann wieder mit Remix 1 weiter. Da haben wir ja wieder drei Level. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.